Die Ziele des Miners IT als Business Enabler sind, dass wir versuchen, die Studierenden in die Lage zu versetzen, Mitarbeitende in einem Start-up-Unternehmen zu sein und dabei die Rolle in verschiedenen Abteilungen einnehmen zu können. Eine Gruppe ist für den Einkauf zuständig, eine Gruppe ist für die Produktentwicklung zuständig und eine Gruppe ist für den Verkauf zuständig. Das Ganze ist über zwei Semester angelegt und es werden dabei vier verschiedene Themen dann auch neben dem eigentlichen Showcase mit der Robotik dann angesprochen. Das ist Social Media Marketing, Geschäftsprozessmanagement und Wissensmanagement in Unternehmen und dann eben der besagte Showcase mit den Robotern. Für uns war es wichtig, dass wir dieses Gefäß gebaut haben, dass es anders ist als die anderen Module in Betriebsökonomie-Studiengang. So, dass wir die Leute, die Studierenden, von Beginn weg eigentlich in die Pflicht nehmen, dass sie von Beginn weg aktiv mitarbeiten und sehr viel Gestaltungsspielraum auch haben, wie sie mit unseren Aufträgen umgehen. Das Besondere an dem Event heute war, dass wir das Thema als solches auf eine breitere Basis setzen. Einfach aus dem Grund, dass etwas, was so noch nicht gemacht worden ist bei Studierenden, weder an dieser Hochschule noch an anderen Hochschulen. Und von unserer Seite aus war das dann von vornherein klar, dass wir dort nicht einfach da sitzen können und die Dinge dann evaluieren müssen, sondern vielmehr das auf eine breitere Basis setzen, um auch mehr Leuten zu zeigen, was für tolle Ergebnisse dann die Studierenden dort auch in der Lage sind zu produzieren.